So, da wären wir wieder und ich hoffe, dass das jetzt mit weniger Legs geht, irgendwie. Oh man, ich sag mal mit weniger Legs. Wollt fängt das hier schon wieder an. Das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Lol, und dann wird's auf einmal wieder schnell. Das ist gut. So mag ich das. Lol, warum drück ich zweimal R? Brain of Car. Oh, jetzt komm ich nicht drüber. Weil ich wollte nämlich wieder was Neues ausprobieren. Ob das nämlich auch geht. Nämlich da. Lol, sofort beim ersten Versuch, ne? So. Lol, ich hab mir das so... Ich hab mir das mal wieder so unnötig... Kompliziert gemacht. Egal, was einmal geht, geht auch bestimmt ein zweites Mal. Irgendwie. Oh, hab ich mir das unnötig kompliziert. Das ist so typisch. Das ist so typisch, ich das. Einfach eine Stelle wieder so unnötig kompliziert zu machen, damit sie sozusagen schon fast unmöglich ist. Aber... Oha. Oh Gott. Schön. Ich würde sagen, das bringt uns einen ganzen Schritt weiter. So. Das frage ich mich. Ja, da muss ich so einen Doppelsprung drüber machen, da hilft nichts anderes, das ist... Oder ich mach einen ganz kleinen Sprung drüber. Das kann ich auch mal ausprobieren. Ich weiß aber nicht, wie das mit den Erfolgschancen dabei aussieht. Okay. Ich wollte jetzt zwar eigentlich wieder meine ultimatierten 10 Versuchungen machen, ja. Aber mit dieser neuen Erkenntnis würde ich sagen, probieren wir es damit noch mal ein bisschen aus. Muss dann halt nur irgendwie dann auch mal klappen. So ein bisschen. Nur so ein bisschen. Oh, der bleibt immer an der letzten Ecke da hängen, ey. An der allerletzten Ecke. Meine Fresse. Ähm. Dammit. Oh, ich hasse es, wenn ich da in der Mitte doch noch sterbe, ey. Okay, warte mal. Da lieber noch die Sekunde. Ab. Weil wenn ich am Oberen stirbe, hilft mir das gar nichts. So, da durch, da. Und dann verrecke ich da wieder. Ja. Hurra. Wir freuen uns. Oh Gott. Ähm. Oh, ich mal. Hilfe. Oh, ich habe lag. Ist das denn jetzt schon wieder? Na, Gott. So ein Mini-Lag. Das macht mir Angst, weil ich nämlich nicht weiß, warum. Oh, ich habe lag. Oh, und jetzt kriege ich das wieder nicht hin. Jetzt kriege ich das wieder nicht hin. Jetzt aber. So, da muss ich einen Doppelsprung. Oh, nee. Nee, da, das geht nicht. Da muss ein Doppelsprung dran und dann da rüber. Anders geht es einfach nicht. Ähm. Anders ist unmöglich. Das heißt, dann da durch. Ähm. Dann da. Ähm. Gott, und dann muss man hier die Stachel, wo ich gerade bin, muss man dann schon wieder watchen. Weil der dann da schon wieder endet. Oh, Gott. Was war was? Das war falsch. Das war ganz, ganz falsch. Das war die alte Taktik. Von der alten Taktik wollen wir nichts mehr wissen. Weil die einfach nur scheiße ist, die alte Taktik. Die alte Taktik war so für den Arsch. Die neue gefällt mir deutlich besser. Ich meine, sie ist doch nicht so ganz so einfach, aber ich kriege es wenigstens ab und zu mal hin. So, nein. Mach doch den Doppelsprung früher. Mach doch den Doppelsprung früher. Oh, Mann. Und wenn ich das da hingeschafft habe, dann ist es ja noch lange nicht, dass ich den nächsten Sprung dann schon wieder überlebe, weil ich da nämlich schon wieder keine Ahnung habe, wie der nämlich dann schon wieder geht. Das ist so herrlich. Das ist so herrlich. Das könnte man hier schon wieder als Blind Part hier bezeichnen. Weil es halt auch wirklich blind ist. Ja. Ja. Ja, und jetzt muss ich da die Stacheln watchen. Weil wenn ich nämlich jetzt springe, bin ich tot. Oh, Gott. Ich weiß, wie das gemeint ist hier. Oh, oh, oh. Ja! Ich schaffe es auch noch. Oh, Mann. Ah, Gott. Und dann muss ich da oben hoch. Oh, 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 oh. Oh, 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 nein. Oh, Gott. Es ist... sowas von behindert ist diese stelle hier nein macht doch den doppelsprung bitte mein freund ich hasse das wenn er den doppelsprung verweigert also momentan gucke ich jetzt nur noch auf den den roten punkt dann da ich meine am anfang noch nicht am anfang gucke ich auf mega menschen bis er dann unten ist und wenn er unten ist dann gucke ich auf den roten punkt und sich dann da zu orientieren wenn man das am roten punkt richtig macht dann ist der andere zeug ist auch sofort richtig ich hasse es wenn er den doppelsprung nicht nimmt oder generell den sprung nicht wenn ich kotzen endlich hundertprozentig sichere taktik wie ich dann aber erstmal darunter kommt die habe ich auch noch nicht ich weiß nur dass es so irgendwie geht zu gehen hat zu früh einfach viel zu früh nach rechts links auf jeden fall in die falsche richtung werden hat gezogen ist das schön ich liebe diese stelle kann man richtig schön beweisen was man nicht kann insbesondere weil man sie auch jedes mal wieder von vorne machen muss wenn man verhaut ich hatte das ebenso schön beim ersten mal geschafft jetzt habe ich es gar nicht mehr das heißt gar nicht mehr ich bin ja nur zweimal da hingekommen so doppelsprung das war nicht das ist auch nicht gut ich hasse dass ich da vorne noch verrecke ich kann es nicht leiden kann es wirklich absolut nicht leiden das ist so machbar das ist so machbar so jetzt sind wir wieder hier an der glücklichen stelle wobei sollte das nicht ja eigentlich einfacher sein ja klar dann muss ich da hoch ja verstanden so was passiert jetzt wenn ich da hinten hinspringen ich glaube nein ich hätte noch warten müssen aber leute wir nähern uns einer lösung an und das gefällt mir dass wir uns einer lösung nähern wirklich der gedanke allein daran dass wir uns einer lösung nähern finde ich sehr gut finde ich wirklich sehr gut so doppelsprung da drüber dann da rein da rein da rein und ich hab sie das herrlich herrlich ich liebe diese stelle mein kleines aus dem kubad begleitet mich über den schalala da wollte ich gerade die alte taktik man ich weiß nicht was mich dahin dazu verleiten könnte das noch mal zu versuchen ist ja einfach nur freudig diese taktik hoffe dass das verständlich ist wenn ich ein bisschen was denn er hat sich den kopf gestoßen wenn ich etwas stiller bin dass ich mich ein wenig zu konzentrieren versuche nur so ein bisschen wo ich kann es gebrauchen wo ich kann es so gebrauchen wenn ich in diesem tunnel da oben noch verrecke also schwer ist es nicht gut wenn ich da verrecke das ist irgendwie merkwürdig so aber ich habe das gefühl das habe ich aber langsam aber sicher auch raus so 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 so